In dieser Aufgabe haben wir einen koaxialen Leiter gegeben, dessen Isolationsmaterial, das sich zwischen dem Innenleiter und dem Außenleiter befindet, nicht ideal isoliert, sondern eine elektrische Leitfähigkeit Kappa besitzt. Und wir möchten jetzt einmal ausrechnen, wie groß denn die Stromdichte ist, die sich hier in dem Isolationsmaterial ausbereitet, wie groß die elektrische Feldstärke ist und wie groß der elektrische Widerstand dieser Anordnung ist. Wir benötigen dafür die folgenden Formeln. Einmal ist der Zusammenhang zwischen dem elektrischen Strom und der elektrischen Stromdichte gegeben über das Flächenintegral über die elektrische Stromdichte. Und zwar müssen wir einmal über eine Querschnittsfläche unseres Stromweges integrieren. Der Zusammenhang zwischen der elektrischen Stromdichte und dem elektrischen Feld ist einfach mit der Leitfähigkeit Kappa gegeben. Weiterhin können wir die elektrische Spannung berechnen, indem wir das Linienintegral über die elektrische Feldstärke bilden. Und zuletzt können wir den elektrischen Widerstand ausrechnen mit dem Ohmschen Gesetz. Der Widerstand ist die Spannung durch den Strom. Als erstes möchten wir die Stromdichte berechnen. Dazu überlegen wir uns, wie denn die Stromdichte aussehen wird. Der Strom wird von dem Innenleiter radial zum Außenleiter fließen durch das leitfähige Isolationsmaterial oder bei umgekehrten Vorzeichen von außen nach innen fließen. Auf jeden Fall sind die Feldlinien radial nach außen gerichtet. Das können wir hier in unserer Formel dann so schreiben, dass unsere Stromdichte offenbar vom Radius abhängig ist und auch in radiale Richtung gerichtet ist. Unser Flächenelement ist auch in radiale Richtung gerichtet, denn wir möchten jetzt einmal hier über so einen innenliegenden Zylindermantel integrieren. Und der flächennormalen Vektor wird dann ja senkrecht auf dieser Integrationsfläche stehen. Bei der Wahl dieser Integrationsfläche sehen wir, dass das Skalarprodukt von den Einheitsvektoren 1 wird, weil wir hier zwei identische Einheitsvektoren miteinander multiplizieren. Unser Integral vereinfacht sich also sehr stark. Wir können zum einen unsere Stromdichte aus dem Integral herausziehen, denn auf dieser Zylindermantelfläche ist die Stromdichte konstant, weil sie ja einen konstanten Radius hat. Und was vom Integral übrig bleibt, ist einfach nur das Flächenintegral über dA. Und da wir über eine Zylindermantelfläche integrieren, können wir hier dafür einfach die Fläche eines Zylindermantels einsetzen. Zwo Pi mal Rho, also dem Radius, mal die Länge. Wenn wir diese Formel jetzt umstellen, haben wir einen Ausdruck für die Stromdichte gewonnen. Und wenn wir diesen Ausdruck noch vektoriell haben möchten, können wir einfach den Einheitsvektor in radiale Richtung dahinter schreiben. Die elektrische Feldstärke ist über die Leitfähigkeit mit der Stromdichte verknüpft. Das heißt, dieses Feldlinienbild von der elektrischen Feldstärke sieht genauso aus wie das Feldlinienbild der Stromdichte. Und die Formeln unterscheiden sich nur durch das Kappa, also die elektrische Leitfähigkeit, die jetzt hier in der Formel auftaucht. Als nächstes berechnen wir die elektrische Spannung U. Hierfür müssen wir das Wegintegral über das elektrische Feld bilden. Und zur Erinnerung, die Feldlinien gehen ja radial von dem Innenleiter zum Außenleiter. Das bedeutet, wir müssen vom Innenleiter bis zum Außenleiter integrieren. Hier haben wir einmal den Ausdruck für das elektrische Feld eingesetzt, den wir eben schon gewonnen haben. Und unser Wegelement ist auch in radiale Richtungen gerichtet. Und das infinitesimal kleine Teilstück ist D-Rho. Wir sehen an dieser Formel, dass wir einen Ausdruck hier haben, der konstant ist, nicht vom Radius abhängig ist. Den können wir also vor das Integral ziehen. Außerdem sehen wir, dass wir hier wieder das Skalarprodukt von zwei identischen Einheitsvektoren haben. Aus diesem Produkt kommt also 1 heraus. Wir sehen, dass sich dieses Integral damit vereinfacht zu diesem Ausdruck. Das I durch Kappa 2 Pi L ist nicht vom Radius abhängig. Und wir integrieren jetzt über 1 durch Rho. Die Stammfunktion von 1 durch Rho ist der natürliche Logarithmus. Und wir hätten jetzt den natürlichen Logarithmus von der oberen Grenze, also Rho A minus dem natürlichen Logarithmus von Rho I. Und hier wenden wir jetzt ein Logarithmusgesetz an. Denn der Logarithmus von A minus der Logarithmus von B ist gleich dem Logarithmus von A durch B. Und damit bekommen wir als Ausdruck für unsere elektrische Spannung den Bruch I durch Kappa 2 Pi L mal den natürlichen Logarithmus von Rho A durch Rho I. So, inzwischen haben wir die elektrische Stromdichte berechnet, das elektrische Feld und die elektrische Spannung. Bisher immer in Abhängigkeit von dem Strom I, der zwischen dem Innenleiter und dem Außenleiter durch das Isolationsmaterial fließt. Hätten wir in unserer Aufgabe eine andere Formulierung, nämlich hätten wir eine Spannung vorgegeben, dann sind wir jetzt an der Stelle angekommen, wo wir ausrechnen könnten, wie groß der Strom ist. Indem wir diese Formel einfach umstellen nach dem Strom. Das bedeutet, bei einer gegebenen Spannung können wir den Strom ausrechnen aus diesem Ausdruck hier. Trotzdem wäre, wenn die Spannung vorgegeben wäre bei der Aufgabe, der erste Rechenschritt immer gleich. Die ursprünglichen vier Formeln, die wir für das elektrische Strömungsfeld brauchen, sind in der Regel nur strikt von oben nach unten anzuwenden, egal welche Größen gegeben sind. Wir können dann einfach die Größen, die wir gerade brauchen, als Variable einführen und wenn wir fertig sind mit den Formeln, rückwärts einsetzen. Den elektrischen Widerstand können wir allerdings jetzt ganz einfach berechnen. Der ist ja die Spannung geteilt durch den Strom. Wenn ich mir hier oben den Ausdruck für die elektrische Spannung angucke, sehe ich, dass sich einfach der Strom aus dem Zähler wegkürzt und mein elektrischer Widerstand ist damit 1 durch Kappa 2 Pi L mal der natürliche Logarithmus von Rho A durch Rho I.